Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cry of Fear. Wir haben uns den Weg durch die lebenden Wasserleichen gebahnt und ja mal gucken was uns jetzt hier so unten unter der Baustelle erwartet. Das finde ich recht bizarr. Warum ist da oben? Moment. Was ist doch hier? Ach verflixt, das klappt nicht. Ich habe so eine Vorahnung, dass hier gleich mächtig viele Monster kommen. Gut, das hat erstmal ordentlich Munition verballert. Das erschrecke ich mich schon von mir selbst, ey. Ah okay, guck mal, jetzt ganz viel Wasser. Wasser, 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 Wasser. Oh, hi. Daneben. Ich treffe dich aber auch nicht. Komm doch jetzt. Mann, fuck. Oh mein Gott, stelle ich mich gerade dämlich an, ey. Tür ist verschlossen, haben wir den Schlüssel? Nein, natürlich nicht. Wieso sollten wir auch einen Schlüssel haben? Hier brauchen wir einen Key, einen, einen, einen Code, so. Die Tür wird blockiert. Hier geht es aber rein. Mhm. Was ist das hier? Äh, persönliche Notizen. Jeff, willkommen beim Team. Ich bin dein Supervisor... Ah ne, ich bin mir sicher, dein Supervisor hat dich schon über die Basics aufgeklärt. Aber hier sind noch ein paar Dinge, die du bestimmt wissen müsstest, solltest, wollen würdest. Erstens. Diese Höhle ist feucht, kalt und voller Pfützen. Pass auf, wo du hintrittst. Zweitens. Zigarettenpausen sind alle zwei Stunden am allerwichtigsten. Ja. Dieser, dieser, dieser Raucher hier. Äh, der Supervisor ist ein Arschloch. Viertens. Äh, erinnere dich an den Code von Sektion D. Äh, Moment. Du wirst den ganzen Tag hin und zurück rennen, also musst du es wirklich, musst du den wirklich eingeprägt haben. Der Code ist 279. Die zweite Zahl, äh, die letzte Zahl ist in, mit Tinte bedeckt. Äh, kann ich nicht lesen. Ja, okay. Das sollte ja eigentlich kein Problem werden, weil man hat ja... Dann haben wir das mit neun Versuchen quasi geschafft. Also. Zwei, sieben, neun, eins. Zwei, sieben, neun, zwei. Zwei, sieben, neun, drei. Fertig. Das war doch nicht so schwer. Ja. Gibt's hier hinterher noch was? Nö. Äh, aber die Tür probier ich noch aus, bevor wir weitergehen. Keiner da. Schön. Schön, schön, schön. Oh, geil. Munition. Ah, ist das schön. Ist das schön. Jetzt kann ich doch schon einigermaßen beruhigt durch diese Tür rennen. Ah! Ah! Oh! Ey, dieser Typ ist so hässlich. So hässlich. Ich glaub, ich hab's schon mal gesagt, aber... Dieser Typ ist so hässlich. Äh, dual mit der Pistole. Und dann kriechen wir mal hier lang. Oh, ich ahne es doch schon, dass hier gleich irgendein Viech kommt. Ja, du bist tot. Mutter Ficko, du bist tot! Äh, jetzt hab ich ne Kugel verballert. Scheiße. Äh, verschwendet. Gibt's hier irgendwas? Okay, Shotgun-Munition. Aber wir haben doch noch gar keine... Haben wir irgendwas übersehen, oder? Äh, nein, wir haben nichts übersehen. Ich weiß, was kommt, glaub ich. Da hinten sitzt jemand. Da hinten steht jemand. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Eins, zwei. So. Da hinten sind da noch bestimmt endlos viele Leute. Komm her, komm her, komm her. Tot. Äh, äh. Alter, das ist aber schön hart, ne? Oh Gott, fällt der auch noch um, ey. Oh, ein Feuerzeug. Schön. Ist hier noch jemand? Hallöchen. Och Mann. PC, wirklich. Ähm, ja, kleinen Moment, ich muss hier ganz kurz was äh, fixen. Nee, so nicht. So. Genau. Okay, ich bin wieder da. Nee, okay. Tabulatur, die Schrotflinte lege ich mir auf die 3. Spritzen haben wir noch ein paar. Was machen wir mit dem... Ah, ich verstehe. Damit können wir Treibstoff anzünden. Aber wo ist hier Treibstoff? Oder Benzin oder so? Nirgendwo. Verflixt. Dann müssen wir wohl wieder zurück. Oh Gott, noch. Nee, warte mal. Sicherer ist mir das, wenn ich das so mache. Ich hab noch einen Schuss in der Pistole und äh, da möchte ich jetzt nicht quasi mit fast leerem Magazin an den nächsten Gegner gehen. Das ist nicht ganz so schlau. Ach nee, okay, hier war ja die Munition. Genau. Woanders hin. Ich hasse es, durch solche Gänge zu rennen, ne? Wirklich, das ist... Das Schlimmste, was du mir antun kannst. Da kommt gleich jemand. What the fuck? Shit, 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 shit. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Fuck. Okay, ähm... Da draußen sind ganz viele Leute. Ganz viele Wasserleichen. Die lebendigen Wasserleichen, die wir schon aus dem letzten Teil kennen. Ähm... Wir müssen uns das einfallen lassen. Ja, fuck, fuck, fuck. Ja, hier können wir... Was machen. Äh, ich verstehe. Schleifst schnell aus dem Weg. Ducken. Kommt da noch was? Anscheinend nicht. Ja, fuck, wie soll ich denn jetzt da durchkommen? Wir stehen nämlich direkt vor der Tür. Es wird Zeit für die Schrotflinte. Und raus. Nachladen. Okay. Das hat sich doch alles wesentlich leichter gelöst, als ich vermutet hab. Ich hab doch grad jemanden laufen gehört. Also nicht uns, sondern jemand anderem. Mysteriös. Hallo? Ah, da seid ihr. Okay, das war's. Nein, fuck. Oder? Ne, doch, das war richtig. Das war richtig. Ich dachte, jetzt hab ich grad Munition verschwendet. Ähm... Was müssen wir jetzt machen? Ich hab einen Schlüssel gefunden, aber... Äh, ich weiß nicht wofür. Hier war doch bestimmt irgendwo noch eine abgeschlossene Tür. Komm her, komm her, komm her, Bam. So, okay. Die Gegner haben, find ich, für mich ihren Schrecken verloren. Wir speichern mal eben ganz flott. Es tut mir auch furchtbar leid, aber irgendwie... Die Gegner jagen mir nicht mehr viel Angst ein. Ich weiß, ihr wollt mich sehen, wie ich, äh, hier vor Angst fast weine, aber da gab's bisher wirklich nur ein Spiel, und das werde ich auch bald wieder spielen. Ähm... Also, das Spiel muss ich mir auf jeden Fall noch mal geben. Okay, da hinten liegt schon wieder was zum Speichern. Äh, speichern wir doch auch direkt. Hier unten. Fünf. Gespeichert. Hallo? Wasser. Äh, machen wir doch erstmal hier oben. Die Tür ist natürlich verschlossen. Hey! Was zur Hölle machst du? Nicht du wieder. Warte! Oh, shit! Ist das die Kie, was ich zu sagen? Ah! Na, komm her. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Wir müssen an diesen Dingern drehen. Damit bekommt der einen elektrischen Schlag. Wir müssen natürlich auch zusehen, dass wir möglichst flott wegkommen. Jawohl, genau so. So, kommt hierher und jetzt gehen wir ganz schnell beiseite. Oder beziehungsweise wir locken ihn hier in die Ecke. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Und schnell, 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 schnell. Nein, nein. Okay, wir brauchen was Großes, um den Schlüssel rauszuschneiden. Hat er nicht eine Dingsbums gerade benutzt? Oder können wir das Messer benutzen? Er lag doch, er hat doch irgendwie eine Schere benutzt. Äh, nicht eine Schere, so eine... Eigentlich hat er mitgenommen. Verdammt. Wo bekommen wir das denn jetzt her? Hier draus wahrscheinlich. Ach. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ähm, hier liegt nichts rum, soweit ich das sehe. Bisschen wir wohl weiter. Äh, warum hat das gerade geladen? Okay, ähm, wir sind am Limit angekommen, quasi zeitlich gesehen. Deswegen möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass ihr auch euch die achte Folge von Cryo 4 gegeben habt. Und da kommt bestimmt noch mehr viel spannendes und gruseliges Zeug. Freut euch drauf. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.